Also gut, schnallen Sie sich an, denn wir tauchen kopfüber in den chaotischen Strudel ein, der die neueste Eskapade von Prinz Harry und Meghan Markle darstellt. Es ist, als würde man einem Autounfall in Zeitlupe zusehen, man weiß, dass man nicht starren sollte, aber man kann einfach nicht wegsehen. Hier ist also der Tee, und glauben Sie mir, er ist kochend heiß. Zunächst entschieden unsere geliebten königlichen Abtrünnigen, dass sie für die Bauernbestuhlung beim Superbowl zu schade seien und richteten sich mit ihren Forderungen nach einer privaten Loge an die Stars. Aber oje, was ist das? Die Superbowl-Manager müssen ihre königliche Einladung verpasst haben, denn Harry und Meghan wurden rundweg abgelehnt. Die Kühnheit, oder? Wie können sie es wagen, nicht den roten Teppich für Hollywoods Teilzeit-Tantiemen auszurollen? Anscheinend hatte Meghan einen Masterplan, um Taylor Swift's Superbowl-Moment in den Schatten zu stellen, denn natürlich sind eine ehemalige Kabelfünse-Schauspielerin und ein Prinz im Exil die wahren MVPs, auf die Amerika gewartet hat. Vergessen wir nicht Harrys Valentinstags-Eskapade, bei der er beim letztjährigen Spiel Schweinsleder den Herzensstrengen vorzog und Meghan im Stich ließ, um sich mit Prinzessin Eugenie zu verbünden. Sie wurden gesichtet, wie sie in einer privaten Loge genossen, Meilen entfernt von den Bürgern. Spulen wir auf dieses Jahr vor, und unser dynamisches Duo befand sich im Außenstehenden und blickte nach innen. Zweifellos eine bittere Pille für zwei Menschen, die an die königliche Behandlung gewöhnt sind. Und dann ist er noch die Brüskierung des Anzugs. Oh, es ist köstlich. Meghans alte Heimat beschloss, ein Wiedersehen ohne sie zu veranstalten. Kannst du dir vorstellen? Sie versammelten die alte Clique für einen Superbowl-Webberspot und Meghan war auffällig abwesend. Es ist, als hätten sie beschlossen, sie daran zu erinnern, dass sich die Welt der Anzüge auch ohne ihr einstige Stahle, das Aktentaschen gegen Diademe eingetauscht hat, weiterdreht. Gina Torres, Rick Hoffmann, Sarah Rafferty, sie alle waren da. Meghan, nicht so sehr. Es ist fast so, als wäre ihre Einladung zusammen mit allen verbleibenden Teilen ihrer Schauspielkarriere in der Post verloren gegangen. Aber warten Sie, es gibt ein Gerücht, dass Meghan Suits in einer Art Spin-off erneut mit ihrer Anwesenheit beehren könnte, denn wenn ihr königliches Abenteuer in Zwanken gerät, besteht der offensichtliche nächste Schritt darin, zu dem Job zurückzukehren, den sie auf der Suche nach größerem Ruhm gekündigt haben. Rechts. Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams nahm kein Blatt vor den Mund und nannte es einen absurden Rückschritt. Aber he, lasst uns sie noch nicht abtun. Sie sind schließlich unberechenbar. Denn nichts ist so unvorhersehbar, wie der verzweifelte Versuch, wieder den C-Promi-Status zu erreichen, von dem man glaubte, dass man ihm entwachsen war. Am Ende liest sich Harrys und Meghans Streben nach Superbowl-Roman schauspielerischer Erlösung wie eine schlecht geschriebene Reality-Show, eine, in der die Protagonisten sich glücklicherweise nicht bewusst sind, dass sie nicht die Helden der Geschichte sind. Sie sind wie diese entfernten Verwandten, die uneingeladen bei Familienfeiern auftauchen, für Aufsehen sorgen und sich dann fragen, warum sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Da haben sie es also, ein weiteres Kapitel in der nie endenden Saga von Harrys und Meghans Streben nach Relevanz. Werden sie jemals ihr Happy-End finden oder werden sie weiterhin von einem PR-Missgeschick zum nächsten stolpern? Nur die Zeit kann es verraten. Aber eines ist sicher, es wird unterhaltsam sein, es anzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017